Aussehen wie ein Topmodel. Für viele Frauen ist das ein Wunsch. Aber der Aufwand, sich auch so zu stylen, ist vielen zu groß. Mit wenigen Handgriffen macht Visagistin Aline Aline ein atemberaubendes Abendmake-up. Perfekt zum Ausgehen. Zuerst ist ein mattes Make-up notwendig. Das kaschiert kleinere Unreinheiten. Anschließend abpudern. Mit dem Kajalstift werden die Augen dunkel umrandet. Das dient als Grundlage für die Smoky Eyes. Smoky Eyes sind ein bisschen inspiriert bei arabischen Augen. Das ganz dunkle, mysteriöse, was die Frau nur interessant macht, so anzuschauen. Mit einem Pinsel verteilt Visagistin Aline die dunkle Farbe. Zum Schattieren nutzt sie Lidschatten in verschiedenen Farben. Dunkelbraunen zum Schattieren, den blauen und grünen zum Aufhellen. Ein aufregender Kontrast entsteht anschließend durch hellgoldenen Lidschatten. Wichtig hierbei sind laufende Übergänge. Linien um die Augen, wie sie noch vor einigen Jahren modern waren, sind inzwischen aus der Mode. Gleiches gilt für die Lippen. Umrandungen und intensive Farben beeindrucken niemanden. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Für die Lippen sind das Nude Lips. Und die Hochglanz geht auch ein bisschen weg. Das wird eine natürliche Hautfarbe auf die Lippen mit einer sehr natürlichen Austrahlung. Alina jedenfalls ist von ihrem neuen Styling begeistert. Es gefällt mir sehr gut. Es ist glamourös, aber dennoch nicht zu viel, sodass man sich wohlfühlt und direkt losgehen kann. Mit einem dezenten Styling geht das am besten. Denn ein gutes Make-up ist wichtig, um die Schönheit der Frau zu akzentuieren. Nicht mehr modern hingegen sind dicke Schminkschichten, bei denen die Frau gänzlich hinter einer Maske verschwindet. Und das ist ein gutes Make-up ist wichtig, um die Frau zu akzentuieren.